Es ist eine Schlappe für US-Präsident Donald Trump. Der oberste Gerichtshof entschied heute, dass er der Staatsanwaltschaft in New York Steuerunterlagen herausgeben muss. Dagegen bleiben Dokumente, die das Repräsentantenhaus angefordert hatte, zunächst unter Verschluss. Trump versucht seit Jahren, die Herausgabe seiner Finanz- und Steuerunterlagen zu verhindern. In den USA ist es üblich, dass der Präsident Einblick in seine Finanzen gewährt. Aber Trump brach mit dieser Tradition. Zugeschaltet aus Washington, Steffen Schwarzkopf. Welche Folgen haben denn nun diese beiden für mich erst mal gegensätzlich klingenden Urteile? Gibt es nun bald Klarheit über die Vermögensverhältnisse von Trump oder nicht? Ich glaube eher nein, Markus. Das liegt daran, dass die Richter des Supreme Courts entschieden haben, dass grundsätzlich der Präsident zwar keine Immunität besitzt, dass aber jetzt erst einmal wieder die niedrigeren Instanzen darüber verhandeln müssen. Das heißt, rein theoretisch hat die Staatsanwaltschaft Zugriff auf diese Finanzunterlagen, aber eben nur rein theoretisch. Denn jetzt werden andere Gerichte das wieder neu verhandeln. Unterm Strich ist es mit Sicherheit ein Tiefschlag für Donald Trump, aber nicht so heftig, wie er vielleicht befürchtet hat. Denn jetzt wird neu verhandelt und dass die Öffentlichkeit, dass die Staatsanwaltschaft diese Finanzunterlagen sieht, Steuererklärungen etc. vor der Wahl im November, das gilt jetzt als ausgeschlossen. Aber gelegen kommen dürfte das dem Präsidenten logischerweise nicht. Den Wahlkampf hast du kurz angesprochen. Welche Folgen könnte das haben? Und naja, du kannst Trump auch ein bisschen einschätzen. Wie sauer könnte ihn das machen? Also sauer ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Es gab natürlich Tweets vom US-Präsidenten, der gesagt hat, das Ganze sei unfair gegenüber dem Präsidenten, also ihm unfair gegenüber der Administration. Bei anderen Präsidenten sei das nicht so gewesen. Das Ganze sei nur eine rein politische Verfolgung. Es ist insofern interessant, als ja Joe Biden, also sein Herausforderer für die Präsidentschaftswahl, seine Steuererklärungen, seine Steuerunterlagen bereits veröffentlicht hat. Und das wird natürlich auch Munition im Wahlkampf sein. Biden, der sagen wird, ich zeige euch, was ich verdient habe. Ich zeige euch, was in meiner Steuererklärung liegt. Der Präsident, der macht das nicht. Der hat ganz offensichtlich Geheimnisse. Aber, und jetzt kommen wir zu einem weiteren entscheidenden Punkt, interessieren die Amerikaner diese Steuerunterlagen? Ich glaube, die demokratischen Wähler ja. Die republikanischen Wähler, die Trump-Unterstützer, die haben immer wieder in den letzten Monaten, Jahren signalisiert, uns doch eigentlich schnuppe, was er da finanziell macht. Hauptsache er ist unser Präsident. Vielleicht ganz kurz noch, bis wann kann denn da eine Entscheidung für eine mögliche Veröffentlichung überhaupt fallen? Wird das noch vor der Wahl passieren oder eher danach? Eher danach, also nach dem November. Aber es könnte sein, dass Donald Trump dann vielleicht ja nicht mehr Präsident ist, dann als Privatmann verfolgt wird. Also das Thema ist für ihn mit Sicherheit nicht erledigt. Aber noch einmal in den nächsten vier Monaten dürfte da ziemlich sicher nichts passieren. Steffen Schwarzkopf, danke dir für diese Einschätzung nach Washington vor das Weiße Haus. Also das Thema Haus.